Hallo ihr Lieben! Letzte Woche gab es ein richtig cooles Gewinnspiel auf meinem Kanal. Ich durfte nämlich vier leckere Curryboxen an euch verlosen und zwar von der Firma Reishunger. Es haben total viele Leute mitgemacht, also vielen Dank an dieser Stelle fürs Teilnehmen. Die Gewinner habe ich soeben gezogen und zwar haben folgende Personen gewonnen. So, das waren die Gewinner. Also herzlichen Glückwunsch und nochmal vielen Dank an alle anderen, die mitgemacht haben. Bitte nicht traurig sein. Es dauert auch nicht mehr lange und da startet auch schon bald das nächste Gewinnspiel auf meinem Kanal. Als kleines Trostpflaster habe ich einen 10% Rabattcode erhalten. Damit spart ihr 10% bei eurer Bestellung über den Reishunger Online Shop. Da könnt ihr einfach mal schauen, was euch so zusagt und die Produkte gerne mal testen. Ansonsten bedanke ich mich nochmal für die Teilnahme am Gewinnspiel, wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss!